Ich weiß, irgendwo war hier ein geheim... Ah, war das jetzt hier schon? Ich weiß es gar nicht mehr, Freunde. Nee, ich riskiere es mal lieber nicht. Da bist du schon wieder. Du kannst es nicht sein lassen, ne? Wie ein kleines Baby. Ich hab mal eben ein Leben wiederholt. Der Hut übrigens, Freunde, ist ein Leben. So, hier kommen jetzt die drei Zacken von der Decke. Hier muss man auf... Ey, so langsam reicht's. Hier muss man jetzt aufpassen. Die einen kommen früher runter, die anderen kommen später runter. Warte. Kommen jetzt wieder später runter. Der kommt auch später. Und der kommt wieder früher. So. Ich drück' einfach immer die Tasten. Vorsicht, hier kommen jetzt Haie hoch. Vorsicht, Vorsicht. Sammle das mal ein. So, aufpassen jetzt. Hier kommen jetzt, äh... Säbelhaie hoch. Da war einer. Komm, weiter. Und hier beim Mega Drive ist es wirklich von der Steuer... Von der Steuerung her. Im Vergleich zu unseren heutigen Konsolen um Längen einfacher und besser. Weil man hat effektiv nur drei Knöpfe plus Start. Und das ist doch schon eine enorme Vereinfachung. So, komm jetzt hier durch. Hier musst du durchlaufen. Das Schott schließt sich nämlich jetzt. Warum? Das ist so geil. Wenn wir jetzt da nicht rausgekommen wären, wäre Donald kaputt gegangen. Aber warum? Er ist doch eine Ente. Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Aber ist okay. So, hier kommen jetzt auch wieder Säbel. Ah! Oder... Messerhaie? Ich weiß nicht. Irgendeinen Namen haben sie. Und ich glaube... Oha! Mein Knie. Hier hinter. Verbirgt sich sogar schon. Ja. Das ist jetzt wieder der Endboss. Der ist jetzt ein bisschen an... Ein bisschen anders. Der Hai kommt jetzt hier gleich hoch. Einmal schwimmt er von links nach rechts durchs Bild. Und dann springt er. Der geht jetzt nach links. Und dann kommt er von deiner Seite. Also würde ich da weggehen. Ja, warte nur. Achtung, jetzt kommt er hochgesprungen. Ne, noch nicht. Jetzt geht er unter. Achtung. Na, komm schon. Zählt er hier nicht so rum. Da, Achtung. Treff ihn. Da, wir haben's geschafft. Und der dritte Endboss. Mann! So, hier also wieder... Der Inside... Genau. Die magischen Sprüche. So, einfach hier hochkommen. Und wir werden hochgesaugt. Und das Geile ist, warte mal ab, wo wir jetzt rauskommen. Ein Klo? Quatsch. Ein Goldfisch. Ja, mit einem Goldfisch drin. Kommt ich da wieder rein? Nein. Und jetzt sind wir auf sozusagen einem, ja, Schreibtisch. Ich weiß es nicht. Irgendwas dergleichen. Kampatatube. Ah, ich glaube eher Kleber oder sowas. Oh Mann, ey! Kluck. Ein Tagger. Schlup. Warte, was ist hier unten? Ich wollte da drauf klitschen. Da kommt Mr. Flight. Da war mit der Bleistift. Ja. Ah. Ah! Kacke. Hat sich nicht gelohnt. Ich komm da nicht hin. Du musst auch springen. Ja, jetzt brauchst du da nicht mehr hin. Eieieieieiei. Eieieieiei. Da, jetzt ganz nochmal. Was kannst du eigentlich? Na, das Ganze. So, komm mal. Warum wartest du nicht? Springen wir da oben auf den Sprühkopf. Geil, wa? Diese einfachen, schönen, alten Spiele. Ich liebe sie einfach. So, darunter. Hier rein ins Glas. Genau. Das ist ein Bonus-Level. Da sind Steine. Man kann es kaum glauben, die bewegen sich. Und die tun weh. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich bin aus der Übung. So, hier oben. Komm wieder. Komm wieder. Jetzt komm, du. Na. Mann, ey. Moin. Moin. Nee, 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 nee. Warte doch noch. Das ist jetzt. Warte mal. Was richtig. Ich sagte, wacht mal und er rennt los. Was richtig passendes zur Weihnachtszeit. Jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum mich dieses Spiel immer an Weihnachten erinnert. Nicht nur, weil ich es zur Weihnachtszeit bekommen habe. Sprich, meinen Geburtstag. Nein. Es ist eben auch weihnachtlich. Äh, warte mal. Also. Ist doch nicht wahr. Durch, Robben. Ja, mach mal was. Meckern, du Donut. Ich hoffe jetzt nicht, Windy. Oh. 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 Du sollst mehr ins Mikro sprechen. Meinst du? Sonst hören die Leute dich nicht. Ich möchte da rein. Nee, das ist meins. Komm nu. Boah, Sebastian. Du regst mich auf. Komm mal auf die Blume hier. Ah. Ich hole dich dann mal wieder hoch. oink, 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 oink. Doch zweimal oink, oink, oink. Nein, 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 nein. Ich dachte, da wäre ein Gegner. Ja, ja. Schaffst du das jetzt hier? Was muss ich denn machen? Da drauf. Ich hätte nicht fragen sollen. Na, jetzt bist du da unten. Viel Spaß. Putze hier. Putz, putz. Ich sehe nicht, was von oben kommt. Ich habe es gerade nur noch gesagt. Ich sehe nicht, was von oben kommt. Luftballon. Wenn ich jetzt getroffen worden wäre, ne? Wegen dem Scheiß. Exit. Und raus geht's. Exit heißt Ausgang. Nein. Nein. Es ist nämlich das Bonbon's nimmer da. Shit. Weil du mir eben wieder nicht warten konntest. Nu, komm. Ist dir was aufgefallen? Die Öffnung da ist weg. Ja, komm du. Du siehst immer aus wie drin. Ich glaube, das ist der perfekte Ort für was will come in handy now. Handy? Okay. Also wir probieren das jetzt wieder aus. Toll. Unglaublich. Du musst ins Mikro sprechen. Beeil dich lieber. Er kommt wieder. Du musst nicht schreien. Und du musst nicht jedes Mal so ein Kack hier machen. Was kannst du eigentlich? Jetzt ohne dich hier rein. Aber das geht leider nicht. Weißt du, ich muss den Deppen jetzt wiederholen, weil der zu dusselig ist. Und jetzt trennt er das Lineal gleich den Kopf ab. Oink. 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 Ich bin weg. A la Kazam. Was du schon für Zaubertricks kannst. Ja. Das ist mal ne Scheibe von Abschneiden. Ganz toll. Cookies. Ist das mal ne geile Musik? Da muss man direkt mitwippen. Knallrotes Gummi-Boot. Du lässt dich auch von allem und jedem treffen. Hoppla. Musik ist einfach nur zu ehrlich. Oh man, was machst du hier? So, jetzt konzentrieren hier. Das Spiel ist für Kinder. Mann. Wieso kommt man denn da oben jetzt nicht hin? Ich bin abgestürzt. Deswegen vielleicht. Kommt man denn hier hin? Halt, ist hoch. Ich hole dich da mal hoch. Obwohl ich es nicht verdient habe. Auf meine Waffe hier. Und jetzt? Ja super. Hat er jetzt hier gebracht. Wie geil ist das denn? Wollen wir mal wieder nach links zurück? Ah, hier. So, hier musst du jetzt aufpassen. Da drüber springen. Da nicht treffen lassen. Nein, das kannst du nicht kaputt machen. Den musst du mehrmals machen. So, nimm das da mal. Bonbon. Hm, lecker, lecker. Vorsicht! Er kann es nicht sein lassen. Das kann ich auch nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube, ich bin noch nie direkt am Anfang direkt wieder zurückgegangen. Ich fange da mal runter. Ah, jetzt bin ich so unverwundbar. Komm, dann lauf mal vor. Du sollst vorlaufen, Mann! Ich wollte den Gegner hinter dir. Ja, ja, der fünf Meter entfernt steht. Hier ist jetzt, ähm, glibber glibber, vorsichtig. Oh, wir müssen nach runter. Mal, da gibt's ja was meinen. Und fertig. So, der nächste End. Boah, ssss. Also, ich glaube, die Herausforderung, nicht nur das Spiel zu spielen, ist. Hm. Langsam. Die Herausforderung, das Spiel erfolgreich zu absolvieren, ist genauso schwer, als hier deine ganzen Attacken zu ertragen. Mann! Alter, blöde Kuh! Na, also, geht doch. Geht, hab's, geht, hab's! Da! Du bist wieder ein... Das findest du witzig, wa? Ein Führungsschen. Du, Insight! Und so weiter, und so weiter. Und so weiter. If you say, alaka, and when we press no button. Ja, ja, alaka-sam. Achtung! Sebastian. Du hast gar nicht agra-dra-dra-bra-bra-bra gemacht. Das ist agra-dra-dra-bra-bra-bra. Und, wo sind wir? Das Spiel erinnert, mir hab ich doch direkt am Anfang gesagt, das erinnert, der Boom erinnerte mich an, äh, einen Film. Einen Film, genau. Und an welchen? Wo diese Figuren hier auch dran kamen. Alice im Wunderland. Meinst du? Warum musst du das wegdrücken? Legen sich jetzt so... Was ist das? Einer Karte? Ja, die vermehren sich. Blödmann! Ganz toll. Das ist, leider Gottes, Freunde, auch schon das letzte Level. Heiß? Ja. Die Spiele waren damals, naja, nicht so lange. Aber dafür... Das war doch ein langes Spiel. Naja. Da musst du aufpassen, da... Fällst du runter von. Weißt du? Hinter dir kommt jemand. Nein, das ist derselbe wie eben. Da, sag mal was dazu dem. Und A drücken. Na, wo ist A? Jetzt musst du ein bisschen aufpassen, hier. Als wenn ich's noch... Das ist aber jetzt schon ein Schwierigkeitsgrad.